Viele haben mich gefragt, wann meine Brille ankommt. Siehst du? Und wir packen die jetzt aus. So, verpacken wir uns mal das Schönste hier von eins. Oh, Fritzi. Stella. Margarita. Der Inhalt zählt. Okay. Nice. Wie macht man die jetzt an? Ich glaube, das muss man abmachen. Damn. Das sieht so aus wie diese Brille aus einem Chemieunterricht. Okay, wie macht man die jetzt an? Oh, okay, man muss hier eine Batterie reinschieben. Wo finde ich die jetzt? Ich habe jetzt welche gefunden. Ähm, wie geil ist das bitte? Man kann einfach die Farben switchen. Okay, wir machen das Ganze jetzt im Dunkeln. Geil. Okay, das ist krass.